Spektren. Spektren ist zum einen der Plural von Spektrum und hat etwas zu tun mit Optik. Spektren hat auch etwas zu tun mit verschiedenen Aspekten von etwas. Spektren sind auch in der Esoterik, in der Geisterkunde, eine bestimmte Kategorie von Elementarwesen, die durch die Tätigkeit des Menschen gebildet werden, seine Wesensglieder durchsetzen und auch durch das Karma arbeiten. Phantome und Spektren haben Ähnlichkeiten miteinander. Spektren als in der Physik. In der Physik ist ein Spektrum, ein Farbband und damit ein Band, das aus Licht unterschiedlicher Wellenlängen bzw. Frequenzen besteht. Spektren erhält man durch Zerlegung des von einer Lichtquelle kommenden Lichtes durch Prismen oder optische Gitter. Spektren in der, ja, Spektren in der Wissenschaft. Man kann auch sagen, es gibt verschiedene Spektren. Man kann auch sagen, das Spektrum der Wissenschaft reicht sehr weit, vom Kleinen bis zum Großen. Man kann auch sagen, das Spektrum eines Wissens, eines Menschen geht sehr weit. Und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Spektren an Wissen. Spektren als Kategorie der Astralwesen. Die Astralwesen können, es gibt verschiedene Formen von Astralwesen und dazu gehören unter anderem auch die Spektren. Die Spektren hat der Mensch selbst geschaffen durch bestimmte Gedanken und durch bestimmte Energien mit Gedanken. Als solches haben die Spektren Ähnlichkeiten mit den Phantomen. Die Spektren hat der Mensch selbst geschaffen.